Yes, yes, yo! Klangbild-Reaction! Mit dem Winnie Man und dem Patrick Piano. Yes, sir! Und der Jonah Jinton und dem Wolfslied. Ja, nordisches Schlaflied von Warsengen. Yeah! Warsengen. Wow! Geht ab. Schöne Bilder schon mal. Nice. Also, das ist ja gleich zeitraffamäßig aufgenommen in der Nacht. So den Sternenhimmel. Supergeile Aufnahme. Ich frage mich jetzt natürlich, ob das schon so ein bisschen nordlicher ist oder ob das so eingefügt wurde, special effect mäßig. Werden wir sehen im Verlauf des Videos. Allerdings, der Wolf war echt. Die Nordlichter sind, glaube ich, auch echt. Schön im Schnee. Schön. Han will, man kann das so wahr. Oh. Hungen riever, Hans war ja bö. Schön so einen Wolf erst mal aufnehmen, so. Das ist auch krass. Auch schön, die Winterlandschaft, jetzt so, ne? Gerade zu der Jahreszeit mal ein bisschen was winterliches hier, Leute. Du warst, du warst, du warst, komm hinterher. Epische Bilder. Schöne Gesang auch. Ja, super. Alles sehr reduziert, ne? Also, Naturbilder, den Wolf rausgepointet, das Feuer. Geil. Der Gesang hat ja auch so einen gewissen Akzent. Also, wer weiß, welche Sprache sie da gerade singt. Bitte unten reinschreiben. Wunderschön, wunderschön. Ich denke, es hat so einen gewissen Akzent. Ich weiß nicht, es ist galdisch, walisisch. Bitte reinschreiben. Schwedisch. Ja, ich finde ja auch schon den Gesang einfach so, den Hintergrundgesang, ne? Also, ihre Klangflächen, die sie da mit der Stimme zaubert, super. Auch wieder aus weniger, mach mehr, ne? Ja. Also, so ganz simpel gehalten jetzt auch vom Video her mit dem Lagerfeuer. Sie sitzt da, sie singt da. Es geht alles sehr, sehr dieb rein. Auch jetzt hier diese Szene wieder wunderschön gestoppt. Haben wir wieder mal Glück gehabt? Der Baum, den Mond. Übergang zu dem Wolf im Schnee. Absolut episch. Auch hier schönen Drohnenaufnahmen, wunderschön. In den Wäldern. Könnte so eine Szene aus dem Herr der Ringe sein, ne? Ja. Also, wunderschön. Auch super gemacht, videomäßig. Ja. Sag mal was dazu, so. Zwei, drei Sätze hier. Die Schneelandschaft ist ja auf jeden Fall richtig krass, so. Also, ich würde auch gerne mal wieder so viel Schnee erleben. Das ist schon fast ein Happening, sag ich mal, sozusagen Schnee zu erleben. Bei dem verregneten Winter, den wir mittlerweile haben, so. Wir haben nur Regen, zwei, drei Grad kälter und das wäre schön verschneit. Ja, Berlin-Stay ist halt sehr. Ja, Berlin-Stay ist im Moment wirklich völlig verregneter Winter, so. Aber passt. Ja. Wir überleben auch die Sintflut. Und, äh, auf jeden Fall, so ein Wolf, äh, ist natürlich auch immer ein erhabenes Tier, ne? Also, sprich, sozusagen. Herrlich. So ein Wolf zu zeigen, ist auch schon ein krasses Erlebnis, wenn man so ein Wolf mal... Sieht im Schnee jetzt auch anders aus als im Regen, ne? Ja, zumal auch, wenn du so einen Wolf halt mal in echt siehst, so, das ist schon auch eine krasse Geschichte. Na, er ist wahrscheinlich jetzt eher ein Wolf und sieht ja schon ein bisschen mehr so Husky-mäßig aus. Hm, an alle Hundefreunde da draußen, schreibt uns in die Kommentare, wir haben hier gerade so ein schönes Bild, was ihr davon haltet, was für eine Hundeart das gerade ist. Oder ist es wirklich ein Wolf? Oder ob es vielleicht wirklich irgendwie eine Wolfsmischart ist oder so. Immer bitte reinballern, interessiert uns wirklich sehr. Auf jeden Fall ein sehr schönes abendes Tier, sehr passend fürs Video auch auf jeden Fall. und schauspielerisch gesehen darf er ruhig den Wolf spielen, ne? Wenn man jetzt mal den Hund selbst jetzt gerade halt eben so sieht. Naja, ich würde ja sagen, er ist ein Wolfshund, als dass er wirklich ein Wolf ist. Die meisten Wölfe sehen ganz schön abgemagert aus, so hin zu sagen. Äh, ich weiß nicht. Es gibt ja nicht mehr viel Wildnis unbedingt drauf, zumindest nicht in Europa. Die Atmo auf jeden Fall immer mit reduziert Gesang, Klänge und Atmo. Super Zusammenspiel. Ja, vom Klangbitt her ist es sehr einzigartig, ne? Absolut aus weniger macht mehr, auch in dem Video selbst. Sequenzen von einfach Dingen, die jeden Menschen berühren. Wer hat noch nicht in die Sterne geguckt? Voll. Und genau dieses Gefühl empfunden, was sie jetzt hier gerade auf Kamera eingefangen haben. Wunderwunderschön, super. Vargen pilar i nattens skog. Han vill, men kann inte sova. Ja. Nämt er jetzt schon mit. Mmh. Hungen river hans varia bud. Oh, schönen Stil. Oh, det är kallt i hans ståva. Du warj, du warj, kom inte hit. Ungen minst på, du aldrig. Du warj, du warj, kom inte hit. Du warj, du warj, kom inte hit. Ungen minst på, du aldrig. Oh, det är kallt i hans ståva. Und auch Video und Klang zusammen. Ein schönes Bild. Voll. Journal. Leute, ich hoffe, wir haben euch wieder mal ein bisschen mitgenommen. Mich hat es auf jeden Fall total mitgenommen. Super, super schön. Wenn ihr irgendwas über die Dame wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr auch noch weitere Empfehlungen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr unser Programm schätzt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen mit einem Kaffee. Link ist unten in der Beschreibung. Oder auch weiteren Spenden. Oder ansonsten auch einfach mit einem Link, mit einem Like. Und indem ihr unser Programm weiter verteilt und einfach auch nächstes Mal wieder mit uns Spaß habt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Peace out.